Olga räumte nicht und ging in die Hinterstube, um hier ihr rot- und schwarz-kariertes Umschlage-Tuch zu holen, das neben einem etwas verschlissenen Schnurenhut ihr gewöhnliches Straßenkostüm bildete. Witwe Bittelko in Person aber stieg, nachdem sie das immer noch schreiende Kind in eine ganz vornehm ausgestattete Himmelwiege gelegt und ihm eine Flasche mit Saugpropfen in den Mund gesteckt hatte, zwei Treppen höher zu Polzins hinauf, wo ihre Schwester Stine Chambre Garnie wohnte. Polzins waren gut situierte Leute, die das mit dem Chambre Garnie gar nicht nötig gehabt hätten, aber trotzdem aus purem Geiz alles vermieteten, oder doch so viel wie irgend möglich, um ihrerseits frei wohnen zu können oder, wie Frau Polzins sich ausdrückte, für umsonst einzusitzen. Er, Polzin, war seiner eigenen Angabe nach Teppichfabrikant, allerdings niedrigste Observanz, und beschränkte sich darauf, unter geflissentlicher Verachtung aller Komplementärfarbengesetze schmale, kaum fingerbreite Tuchstreifen wie Stroh oder Binsen nebeneinander zu flechten und dies geflecht als polzinsche Teppiche zu verkaufen. Sehen Sie, so schloss jedes seiner Geschäftsgespräche, solch polzinscher, er behandelt es sich dabei ganz als historische Person, wird nie alle. Wenn eine Stelle weggetreten ist oder der Esstisch mit seinem Rollfuß ein Loch eingerissen hat, nehme ich ein paar alte Streifen raus und setze ein paar neue rein und alles ist wieder proper und fix und fertig. Sehen Sie, so sind die polzinschen. Aber wenn das Mirna ein Loch hat, dann hat er es, und da hilft kein Gott nicht. Polzin, wie es sich aus diesem Redestück ergibt, neigte zu philosophischer Betrachtung. Ein Zug, der durch das zweite Metier, das er betrieb, noch eine ganz erhebliche Stärkung erfuhr. Während der Abendstunden nämlich, war er bei sich bietenden Gelegenheiten auch noch Lohndiener und wegen seiner Vorsicht und Geschicklichkeit beim Präsentieren in dem zwischen Invaliden und Chausseestraße gelegenen Stadtteil allgemein beliebt. Was Frau Polzin in ihren Gesprächen mit der Pittelko immer wieder betonte. Sehen Sie, liebe Pittelko, mein Mann ist ein ordentlicher und manierlicher Mensch, der, weil wir selber ganz klein angefangen haben, am besten weiß, dass es nicht jeder zum Wegschmeißen hat. Und sehen Sie, danach präsentiert er auch. Und so sehr, die nicht feststehen und immer hin und her rutschen, die nimmt er gar nicht. Und wenn Polzin schon eine einzige Plüschteile verdorben hat, so will ich sterben. Und ebenso galant und manierlich ist er auch bei's Mitnehmen. Er ist mein Mann, aber das muss ich sagen. Er hat was Feines und Bescheidenes und überhaupt sowas, was die anderen nicht haben. Ja, das muss ich ihm lassen. Und da reichen nicht hundertmal, dass er mir gesagt hat, Emilie, heute habe ich mir mal wieder über meine Kollegen geschämt. Natürlich war es wieder der mit dem Plattfuß aus der Charitéstraße. Glaubst du, dass er sich auch bloß geniert und ein ganz klein bisschen für Schein und Anstand gesorgt hätte? Ich Gott bewahre, ganz dreiste weg, als ob er sagen wollte, Ja, meine Herrschaften, da steht der Rotwein und nun nehme ich ihn mit nach Hause. So waren die Polzins, an deren Flurtür, trotz einer daneben befindlichen Klingel, die Pittelkuh jetzt klopfte, zum Zeichen, so hatte man abgemacht, dass es bloß Freundschaft sei, was zu Besuch käme. Und gleich danach erschien dann auch Frau Polzin und öffnete. Die nur drei Stuben zählende polzinsche Wohnung erfreute sich des Vorzugs eines Korridors, der aber freilich nicht größer war als ein aufgeklappter Spieltisch und augenscheinlich nur den Zweck hatte, drei auf ihn ausmündende Türen zu zeigen, von denen die linksgelegene zu der verwitweten Privatsekretär Karl Baum, die mittlere zu Polzins selbst, die rechtsgelegene zu Stine führte. Dieser hatte das beste Zimmer der Wohnung, hell und freundlich, mit dem Blick auf die Straße, während sich die Karl Baum mit etwas Beleuchtung vom Hof her und die polzinschen Eheleute mit einem schrägen Dachlicht begnügen mussten, das, wie bei fotografischen Ateliers, von oben her einfiel. Liebe Polzin, sagte die Pittelkuh, als beide Frauen sich oberflächlich begrüßt hatten, es riecht wieder so sehr nach Petroleum bei Ihnen, warum nehmen Sie nicht Koks? Sie werden sich mit Ihrem ewigen Petroleumkocher noch alle Mieter aus der Wohnung kochen und Ihr lieber Mann, was sagt denn der eigentlich dazu? Der muss doch nachgerade bei Puten und Fasanen eine feine Nase gekriegt haben und ich weiß nicht, wenn ich ein herrschaftlicher Lohndiener wäre, sowas litt ich nicht. In Gesellschaften immer was Delikats und zu Hause so? Na, meinetwegen, ist denn Stine drin? Ich denke doch, ich habe sie nicht weggehen hören. Und denn wissen Sie ja, liebe Pittelkuh, wir sehen nichts und hören nichts. Versteht sich, versteht sich, lachte die Pittelkuh, sehen nichts und hören nichts. Und das ist auch immer das Beste. Sehr wahrscheinlich, dass sich dieses Gespräch noch fortgesetzt hätte, wenn nicht in eben diesem Augenblick die Tür von rechts her aufgemacht und Stine herausgetreten wäre. Jot, Stine, sagte die Pittelkuh mit einem Ausdruck von Freude, na, das ist recht, Kind, ein Glück, dass du da bist. Du musst noch heute runterkommen und helfen. Unter diesen Worten waren die Schwestern, während sich Frau Polzin artig, aber grinend zurückzog, in Stines Zimmer eingetreten und auf ein paar kleine Stühle zugegangen, die zu beiden Seiten des Fensters auf einem Trittbrett standen. Draußen am Fenster aber war ein Dreh- und Straßenspiegel angebracht, bei dessen Anbringung der ebenso praktische wie pfiffige Polzin vor Jahr und Tag schon zu seiner Frau gesagt hatte, Emilie, solange der da ist, solange vermieten wir. Die Pittelkuh setzte sich gegenüber dem Drehspiegel, der denn auch heute wieder, wie zur Bestätigung der Worte Polzins, eine Quelle herzlichen Vergnügens für die hübsche Witwe wurde. Nicht aus Eitelkeit, denn sie sah sich gar nicht, sondern aus bloßer Neugier und Spielerei. Stine, die das alles schon kannte, lächelte vor sich hin. Auch sie trug einen gewählten Scheitel, aber ihr Haar war flachsgelb und die Ränder der überaus freundlichen Augen zeigten sich leicht gerütet, was aller sonst blühenden Erscheinungen und einer gewissen Ähnlichkeit mit der Pittelkuh unerachtet, doch auf eine zartere Gesundheit hinzudeuten schien. Und so war es auch. Die brünette Witwe war das Bild einer südlichen Schönheit, während die jüngere Schwester als Typus einer germanischen, wenn auch freilich etwas angekränkelten Blondine gelten konnte. Stine sah der immer noch mit dem Spiegel beschäftigten Schwester eine Weile zu, dann erhob sie sich, hielt ihr die Hand vor die Augen und sagte, nun hast du aber genug, Pauline. Du musst doch nachgerade wissen, wie die Invalidenstraße aussieht. Hast recht, Kind, aber so ist der Mensch immer das Dummste gefällt ihm und beschäftigt ihn, und wenn ich in den Spiegel gucke und all die Menschen und Pferde drin sehe, dann denke ich, es ist doch wohl anders als so mit bloßen Augen. Und ein bisschen anders ist es auch. Ich glaube, der Spiegel verkleinert. Und verkleinern ist fast ebenso gut wie verhübschen. Aber du brauchst nicht kleiner zu werden, Stine. Du kannst so bleiben, wie du bist. Ja, wahrhaftig. Aber warum ich komme? Gott, man hat doch auch keine ruhige Stunde. Was ist denn? Er kommt heute wieder. Nun, Pauline, das ist doch kein Unglück. Ich bedenke doch, dass er für alles sorgt. Und so gut, wie er ist, und gar nicht so. Na, ich wollt ihm auch. Und den alten Baron bringt er auch mit. Und noch einen. Und noch einen? Wen denn? Lies. Und sie reichte Stine den eben erhaltenen Brief, und diese las nun mit halblauter Stimme, Mein lieber schwarzer Deibel, ich komme heute. Aber nicht allein Papageno kommt mit. Und ein Neffe von mir auch. Natürlich noch jung und etwas blass. Aber bleich und blass, ei, die Weiber lieben das. Sorge nur, dass Wanda kommt und Stine. Wein schick ich und eine Salatschüssel. Aber für alles andere musst du sorgen. Nichts Apartes, nichts Großes. Bloß so wie immer. Dein Sarastro. Wer ist denn der Neffe? Fragte Stine. Weiß ich nicht. Wer kann alle Neffens kennen? Denkst du, dass ich mich um seinen Stammbaum kümmere? Jott. Wie mag es damit aussehen? Na, überhaupt Stammbäume. Lass ihn das nicht hören. Och, der hört noch ganz anders. Oder denkst du, dass ich mir wegen einer Treppe hoch mit Klavier und Divan und wegen dem Schreibtisch, der immer wackelt, weil er dünne Beine hat, ein Pechpflaster aufkleben soll? Nee, Stine, da kennst du deine Schwester schlecht. Oder wegen dem blassen Neffen? Ich denke ihn mir so. Und dabei zog sie das Gesicht in die Länge und drückte mit Daumen und Zeigefinger die beiden Backen ein. Stine lachte. Ja, damit wirst du es wohl getroffen haben. Und überhaupt, ich finde es unpassend und ungebildet, dass er den jungen Menschen mitbringt. Ein Onkel ist doch immer so was wie eine Respektsperson. Warum? Für sich mag er ja tun, was er will, aber solchen jungen Menschen, ich weiß nicht, Pauline. Findest du nicht auch? Na, ob ich finde, natürlich. Erst recht. Aber, Kind, wenn wir davon erst reden wollen, denn ist kein Ende. Das ist nun mal so. Sie taugen alle nichts. Und ist auch recht gut so. Wenigstens für unsereins. Mit dir ist es was anderes. Und für alle, die so tief drin sitzen und nicht aus noch einwissen. Denn wovon soll man denn am Ende leben? Von Arbeit. Ach, jott, Arbeit. Bist du jung, Stine. Gewiss, arbeiten ist jod. Und wenn ich mir so die Ärmel aufkremple, ist mir eigentlich immer am wohlsten. Aber du weißt ja, denn ist man mal krank und elend und Olga muss in die Schule. Wo soll man es denn hernehmen? Ha, das ist ein langes Kapitel, Stine. Na, du kommst doch. So, Glocke acht. Oder lieber noch ein bisschen eher. wo kann ich das? Ich bin daшая. So, so. So, So,